Seit über 135 Jahren gibt es die Firma Stoll und seit über 60 Jahren sind sie einer der weltweiten Marktführer in Sachen Frontlader. Und was es da jetzt so Neues gibt, das klären wir jetzt mal. Die Firma Stoll entwickelt, produziert und vertreibt Frontlader und genau darüber spreche ich jetzt mit Frank Seelend. Hallo erstmal Herr Seelend. Hallo. Herr Seelend, was gibt es Neues im Hause Stoll und warum haben Sie sich für eine Neuentwicklung entschieden? Wir reden hier über einen Produktlebenszyklus. Das bedeutet, dass man den richtigen Zeitpunkt erwischen muss, bevor der Absatz eines Produktes den Zenit erreicht hat. Wir haben drei Jahre vor diesem Zeitpunkt, also eben vor drei Jahren, mit der Entwicklung der Next Generation angefangen, um somit heute den Punkt zu erwischen, dass wir also keinen Absatzverlust haben mit der Vorgängerversion. Die neue ist eingeführt und alles ist gut. Somit sind wir im Markt präsent mit unserem neuen Produkt. Und am Ende des Tages ist es auch so, dass wir die Gelegenheit genutzt haben, bei der Neuentwicklung viele Features mit einfließen zu lassen aus Erfahrungswerten, die wir aus der Vergangenheit mitgenommen haben. Herr Seelend, warum sollte ich mich als Kunde denn jetzt für einen Stoll-Frontlader entscheiden? Ja, wir haben die Gelegenheit genutzt, in der Entwicklungsphase die Erfahrungen aus der Vergangenheit mit der Old Generation, also mit dem Vorgänger, dort einfließen zu lassen. Dort sind also zum Beispiel auch Bolzen entstanden, die, wie wir über eine Dimension reden, die seinesgleichen sucht und über die gesamte Range vorhanden ist. Das heißt, vom größten bis zum kleinsten Lader verwenden wir den gleichen Bolzendurchmesser von 40 bis 50 Millimeter stark, sodass das signifikante Vorteile hat. A, für den Landwirten natürlich, unfassbar stabil und robust. Und für den Händler, der ja unser direkter Partner ist, der braucht eben nur noch zwei oder drei Sortenbolzen vorzuhalten und nicht mehr 27 wie früher. Das ist ein riesengroßer Vorteil und es gibt natürlich eine Menge andere Features, die wir in die neue Generation mit haben einfließen lassen, die dem User zugute kommt. Sie stellen auch die These auf, User eines Stollfrontladers gehören zu den glücklicheren Menschen. Warum ist denn das so? Das ist ziemlich einfach zu beantworten. In der Vergangenheit war es so, dass ein Traktor, ein Frontlader, die Kombination, ist fast immer ein Kompromiss gewesen. Das heißt, ein Traktor hat so und so viel PS, kann so und so viel. Der Frontlader, den man dafür brauchte, war dann in der Regel entweder eine Nummer zu groß oder eine Nummer zu klein. Also immer irgendwie ein Kompromiss. Heute haben wir ein Portfolio entwickelt mit sechs verschiedenen Baugrößen und innerhalb der Baugrößen 19 verschiedene Varianten, die es auch noch in unterschiedlichen Breiten gibt. Das heißt also, unser Portfolio um 50 Prozent vergrößert, sodass heute für jeden Traktor, für jeden User wirklich der spezielle Frontlader zur Verfügung steht. Und das macht einen Leben natürlich leichter und das Arbeiten macht dann auch Spaß. Ja, vielen, vielen Dank für diese ganzen Informationen. Und diese ganzen Informationen, die finden Sie auch alle online nochmal zum Nachlesen auf der Website von STOLL. Die Kenntnis Die Kenntnis Die Kenntnis